Ich bin George Beard, das ist mein bester Freund Harold Hutchins. Wir machen Comics und versuchen uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und der alte Typ, das ist der schlimmste Rektor auf der ganzen Welt. Ihr habt einen Streich nach dem anderen ausgeheckt. Ein paar von denen waren ganz schön schwer umzusetzen. Ah nein, die Tiger-Aktion. Ja, das war krass. Ihr zwei kommt ab sofort in verschiedene Klassen. Ich werde eure Freundschaft zerschlagen. Regen Sie den Kugelschreiber weg, Mr. Krupp, oder wir hypnotisieren Sie. Oh, was passiert hier? Keine Ahnung. Sie sind nun der fabelhafte Captain Randa-Pants. Im Oktober. Wir müssen ihn stoppen. Wieso? Oster! Runter von der Straße, du Depp! Vielen Dank, Autofahrermann. Wird ihre größte Schöpfung, ihr größtes Problem. Hinfort, du riesiges Monster! Ich glaub, ich mach ihn langsam müde! Ein neuer Superheld in Unterhose. Hallo, klasse! Ich bin euer cooler, neuer Lehrer. Kein toterregender Typ, der geheime böse Absichten hat. Leute, ich hab das hier voll im Griff. Ja, hat er total. Auge Seele, du bist eingeschmert. Ich werde dich befreien! Au! DreamWorks Captain Underpants. Sie von Delirium. Rumble TV